Wien, Österreich, Lebemann Richard, Spitzname Mörtel, Lugner, 91, ist tot. Prominenz erlangte der österreichische Prunkunternehmer nicht etwa nur für Bauprojekte wie seine Wiener Lugner City, sondern insbesondere für unzählige Frauen, mit denen der Casanova Ehen oder Beziehungen führte, sowie sich öffentlich ablichten ließ. Nach bereits drei Hochzeiten, unter anderem mit seiner Jugendliebe Christine Gmeiner, 85, heiratete Mörtel im Jahr 1991 erneut. Seine vierte Frau Christina, 59, ehemals Heidinger, nannte er Mausi. Vermutlich ab da verpasste Lugner den Frauen an seiner Seite die berüchtigten Kosenamen aus dem Reich der Tiere. Die beiden ließen sich im August 2007 scheiden, dann folgten Beziehungen mit Bettina Hasikofler, 51, und der 2003 verstorbenen Sonja Käfer-Schönanger, 59. Es folgten Nina Bambi-Bruckner, 37, Anastasia Katzi-Sokol, 34, sowie Bahati Kulibri-Venus, 36. 2014 macht Mörtel wieder ernst, gab seiner Freundin Kathy Spatzi-Schmitz, 34, sein fünftes Jahrwort. Das Ende, ein Rosenkrieg. Nach der gescheiterten Ehe zeigte sich Lugner 2017 mit Andrea, 56, alias Goldfisch. Danach folgte bis 2020 Karin Kara, 50, genannt Zebra. Lydia Kelowitz, 34, bekam von ihm 2021 den Namen Wildsau verpasst. Wenig später holte sich der Österreicher ein Täubchen namens Elisabeth Schmidt, 44. Zuletzt schnappte sich Lugner schließlich Simone Bienchen-Reiländer, 42, seine sechste und letzte Ehe, die er im Juni 2024 besiegelte. Neben seinen Beziehungen ließ sich Lugner gern zu seinen alljährlichen Besuchen beim Wiener Opernball mit berühmten weiblichen Begleitungen blicken, die er dafür bezahlte. Ein neues Jahr, eine neue Opernballbegleitung. 1994 zeigte sich Mörtel etwa mit Ivana Trump, 73, der Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, 78. Ein Jahr später präsentierte sich der Partylöwe mit der italienischen Darstellerin Sophia Loren, 89. 2003 lud er Schauspielerin Pamela Anderson, 57, ein. Dann folgten etwa It-Girl und Hotel-Erbin Peres Hilton, 43, 2007, Burlesque-Tänzerin Dieter von These, 51, 2008, das dänische Model Brigitte Nielsen, 61, 2012, oder im Jahr 2014 Kim Kadeschin, 43. In den letzten beiden Jahren wurde Lugner von Schauspielerin und Klimaaktivistin Jane Fonda, 86, sowie 2024 von Priscilla Presley, 79, der Witwe des legendären Rocksängers Elvis, von 1935 bis 1977, begleitet. Der österreichische Kanzler würdigte das Leben des schillernden Geschäftsmanns, ein österreichisches Original, das sich nie verbogen hat. Er ruhe in Frieden. So Karl Nehammer, 51, ÖVP, auf X.